Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stream-Ankündigung. Am Morgenabend spielen wir wieder Resident Evil Village. Allerdings nicht die Hauptstory, die haben wir ja schon abgeschlossen, sondern vielmehr den Shadows of Rose DLC, der heute rausgekommen ist. Und wie es der Name bereits erraten lässt, schlüpfen wir da in die Rolle von Rose, Ethans Tochter, und erleben da nochmal eine ganz eigene Geschichte. Ja, und was diese Geschichte ist und wie sich der DLC spielt, das schauen wir uns morgen Abend um 20 Uhr auf Twitch an. Ich freue mich schon auf euch, macht's gut, bis dahin. Und wie immer einen schönen Start ins Wochenende. Servus!